Ein ganz herzliches Willkommen hier zurück zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch eine Webseite vorstellen, mit der du passiv Geld verdienen kannst. Und zwar ist das Ganze Paralba. Paralba ist so ähnlich aufgebaut wie Private Fund zum Beispiel. Bei Private Fund hatten wir auch, dass man da Zinsen auf sein Geld bekommt und auch täglich 0,3%. Das ist bei Paralba genauso. Also du bekommst mit Paralba hier auf deine Einzahlung 0,3%. Aber wichtig, nicht wie bei Private Fund sieben Tage die Woche, sondern hier sind es glaube ich nur fünf Tage die Woche. So, wir sehen hier jetzt ganz viele verschiedene Dashboards und verschiedene Sachen. Ich würde sagen, ich fange mal direkt an, um das Ganze hier zu erklären. Also, du hast hier verschiedene Einkommensströme, die du hier aufbauen kannst. Der erste wäre durch deine eigenen Deposits. Das bedeutet, ich habe hier 347 Dollar aufgeladen und bekomme darauf täglich 0,3% Zinsen. Das entspricht genau einem Dollar zur Zeit. Wir sehen auch hier, das ist mein Guthaben, das wurde mir an Zinsen ausgezahlt. Warum reinvestiere ich das nicht? Dafür brauche ich 25 Dollar Mindesteinzahlungsbetrag. Das bedeutet, man hat hier knapp, also man muss hier nur 25 Dollar anlegen. Bei Private Funds sind das ja 100 Dollar. Genau. Jetzt sehen wir eine Streamline. Was bedeutet das? Diese Streamline, die wächst. Das bedeutet, ich habe mich vor zwei Wochen hier angemeldet. Da hatte ich dann eine Streamline von 0. Das wird bei euch dann auch stehen. Und ab dem Punkt, wo du dich angemeldet hast, die Leute, die sich danach anmelden, das ist die Streamline. Das bedeutet, es sind 3,3 Millionen Dollar nach mir eingezahlt worden. Jetzt sind es, also es kommen jetzt halt minütlich ein paar Leute dazu. Und je höher diese Streamline bei mir ist, desto mehr Geld würde ich durch die Pools bekommen. Was sind die Pools? Das werde ich euch jetzt erklären. Dafür gehen wir hier mal ganz kurz in die PowerPoint-Präsentation von Paraiba. Und zwar haben wir hier verschiedene Modelle, wie du Geld verdienen kannst. Wir gucken uns jetzt hier mal den Pool an. Im Pool ist es so, die Pools hatten wir hier eben gesehen. Der gelbe Pool würde mir 24 Dollar Cent bringen. Und der höchste Pool 33 Dollar pro Tag. Wichtig, pro Tag. Was muss ich machen, um in den Pool reinzukommen, in den ersten? In den ersten Pool würde ich reinkommen, wenn ich 1000 Dollar eingezahlt habe bei Paraiba. Habe ich jetzt gerade nicht. Und einen direkten Nutzer habe. Also einen direkten Nutzer habe, bedeutet ich würde euch jetzt einen Referral-Code geben. Und dieser Referral würde sich da wo anmelden und mindestens 1000 Euro einzahlen. Dann komme ich in den ersten Pool. So, jetzt ist aber das Coole, du kannst bei Paraiba verschiedene Unterkonten machen. Das bedeutet, ich könnte mir jetzt hier noch ein Konto erstellen. Und auf diesem Konto nochmal 1000 Euro anlegen. Heißt, wenn ich jetzt auf dieses Konto 1000 Euro tue und auf das nächste auch 1000 Euro, wäre ich im ersten Pool. Bedeutet, ich wäre berechtigt, jeden Tag 24 Dollar Cent zu bekommen. Ist jetzt nicht viel, ich weiß. Aber es ist etwas. So. So geht das halt weiter. Also für den zweiten Pool bräuchte ich drei Leute, die ich geworben habe und die müssten ein Volumen von 15.000 Euro haben. Und so geht es halt weiter. So. Das ist der erste Weg, noch über die Pools Geld zu verdienen. Der zweite ist der Downline-Bonus. Das bedeutet, ich brauche wieder 1000 Euro. Und mindestens 2 bis 4 Leute, die ich direkt geworben habe. Und dieser Downline-Bonus bedeutet, ich habe 2 bis 4 Leute, die ich geworben habe. Und die haben wieder Leute geworben. Und die Leute, die geworben wurden, von denen bekomme ich trotzdem noch einen Bonus von 0,01% pro Tag von dem, was eingezahlt wurde. Das ist der Downline-Bonus. Und dann gibt es noch den Firstline-Bonus. Das ist einfach, ich brauche mindestens 100 Dollar Anteil, also die ich selber investiert habe. Das bedeutet, ihr würdet über den Raffle euch anmelden, bekomme ich 0,05% täglich auf euer Geld, was ihr eingezahlt habt. Und wir sehen hier 4 Mal die Woche. Das bedeutet, man bekommt nicht 5 Mal, wie ich gesagt habe, sondern nur 4 Mal die Woche hier Zinsen drauf ausgezahlt. Das sind halt diese verschiedenen Modelle, wie du Geld verdienen kannst. Wir haben ja noch hier die Ränge. Hier sehen wir dann, hier bekommt man auch Boni, wenn man diese Ränge erreicht. Also wir sehen hier, ich brauche wieder 1000 Euro Einlage und dann eine Firstline. Und die braucht mindestens 1000 Euro, die eingezahlt wurden. Dann würde ich hier 10 Dollar bekommen. Also ja. Warum finde ich Paralba so interessant? Paralba sieht ihr jetzt gerade erstmal, ja, komisch aus in Anführungszeichen. Habe ich zumindest am Anfang gedacht. Aber was finde ich, also was ist das Coole an der Webseite? Ich habe das Ganze jetzt, ihr seht hier seit 8 Tagen, also seit ungefähr 2 Wochen genau ausprobiert. Und ich muss sagen, es läuft alles. Also wie kann man hier Geld einzahlen? Vielleicht noch eine ganz wichtige Sache. Und die Sache ist nicht so einfach, wie man denkt. Und zwar ist Paralba mit Unique Exchange verbunden. Und damit du hier Geld einzahlen kannst, bei Paralba, musst du bei Unique Exchange, das siehst du aber auch hier, wenn du in den Einstellungen bist, da steht das auch, musst du hier ein Unique Exchange Konto machen. Und ganz wichtig, hier musst du bei den Settings das KeyRise-Verfahren machen. Das bedeutet einmal deinen Personalausweis hinschicken, ist ja ganz schnell gemacht. Und dann kannst du hier entweder direkt Kryptos kaufen oder wie ich es gemacht habe, ich habe einfach Kryptos, die ich noch hatte, hier rüber geschickt. Und die kannst du dann im Punkt hier unten bei Paralba World einfach rüber senden. Also dann steht hier schon mal dein Konto, das ist sowieso hinterlegt. Das musst du nichts mit machen, das ist direkt verknüpft bei Paralba. Dann gibst du jetzt hier deinen Amount an, den du hier, also das Geld ein, was du rüber senden willst. Dann klickst du auf OK. Dann ist das Geld auch sofort hier bei Paralba. Dann ist aber wichtig, das muss man wirklich wissen, du hast dann hier dein Guthaben. Und dieses Guthaben musst du erstmal zum Portfolio hinzufügen. Das heißt, du drückst auf Portfolio, dann auf Deposit und hier muss jeder Minimum 25 Dollar, müssen investiert werden. Deswegen kann ich jetzt gerade noch nicht investieren, ich habe nämlich nur 8,2 Dollar. Das heißt, du drückst dann, wie gesagt, auf Portfolio, Deposit, tust dann das Geld, was du rüber senden willst, hier hin. Und dann arbeitet ab dem Zeitpunkt das Geld für dich. Ganz wichtig, du musst halt wirklich dieses Key by C-Verfahren machen. Wir sehen das hier, sonst wird das hier auch nicht bestätigt, sonst kannst du auch kein Geld einzahlen. Du musst hier sozusagen auch nochmal die Identifizierung machen, aber das ist alles, das weiß man alles. Das ist ganz normal, wie immer. Mach das einfach bei Unique Exchange. Wenn das gemacht ist, dann war es das auch schon, dann musst du da auch nicht mehr machen. Und dann kannst du hier Geld verdienen. Ganz wichtig noch zu sagen, man könnte sich ja jetzt auch ein Konto machen, dann irgendwie 5 Monate warten, bis die Streamline hier hoch genug ist und dann anfangen, um sozusagen das Risiko ein bisschen zu minimieren. Das geht nicht. Wenn du dir hier ein Konto erstellst und du zahlst nicht innerhalb der ersten 30 Tage ein, wird dein Konto wieder gelöscht. Einfach, damit die Streamline auch wirklich den Leuten Geld bringt, die aktiv auf dieser Webseite sind. Noch mal ganz kurz dazu. Paraba gibt es seit fast zwei Jahren. Also, es ist nicht so, dass die Webseite jetzt erst seit ein paar Wochen existiert. Paraba gibt es seit, meine ich, zwei Jahren. Also, ist da ein bisschen Sicherheit, finde ich, schon mal gegeben auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, in die Pools, da kommt man relativ einfach rein, gerade wenn du mehr als 1.000 Euro investieren willst, beziehungsweise wenn du ein paar Freunde hast oder findest, dann kriegt man das auch relativ schnell hin. Und, ich sag mal so, man kommt natürlich in die Pools natürlich immer schwieriger rein, aber die Einnahmen von deinem Pool steigen ja auch täglich. Also, hier melden sich ja immer mehr Leute an oder es werden, wir sehen hier, ich glaube, ich habe mich angemeldet, da hatten wir 130.000 Mitglieder, jetzt sind es 187.000 Mitglieder. Und diese Streamline, die steigt halt auch und ich meine, je höher man in den Pool kommt, man bekommt die Pools von dem vorigen, also, sagen wir mal, wir sind lilanen, da bekomme ich auch noch das Geld von dem Pool gelb, blau und grün. Das ist vielleicht auch nochmal ganz cool zu sagen. Also, wie gesagt, sehr viele verschiedene Einnahmemöglichkeiten hier bei Paraba. Du kannst natürlich auch einfach nur Geld einzahlen und hier deine 0,3% bekommen, ist natürlich ganz legitim. Ich meine, 1 Dollar am Tag ist 1 Dollar am Tag, okay, es sind halt nur 4 Dollar die Woche, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, nur 4 Dollar. Du musst das Ganze halt mal überlegen, das Ganze hat einen Zinseszinseffekt, einen sehr krassen Zinseszinseffekt. Das kann ich dir auch nochmal ganz schnell zeigen. Wir haben hier 347 Dollar, habe ich wie gesagt, investiert. Wir haben keine monatliche Sparrate. Wir haben einen Zinssatz von 0,3%. Wichtig jetzt, das haben im letzten Video mir viele Leute geschrieben, aber es ist nicht so. Wir gehen jetzt davon aus, dass die Tage, dass das, dass die Tage jetzt Jahre sind, weil sonst kann man das sehr schlecht ausrechnen. Wir müssten hier nochmal ganz schnell einen Rechner dazu holen, um die Tage auszurechnen, wie oft wir hier Geld bekommen. Es sind ja keine 7 Tage die Woche, sondern nur 4. Das heißt, wir rechnen jetzt 52 Wochen mal 4 Tage. Das sind 208 Tage, die wir zinsberechtigt sind. Bedeutet, wir müssen hier jetzt, wie gesagt, jetzt sind es Jahre, 208 Jahre eintragen, um unser Geld, um hier zu sehen, wie viel Geld wir bekommen. Und wir verdienen hier knapp das Doppelte. Bedeutet, wir machen innerhalb eines Jahres, ja, verdoppeln wir unser Kapital. Ich habe 347 eingezahlt, nach erhaltenen Zinszahlungen, nach 208 Tagen. Das sind es 647 Dollar, wie gesagt, nochmal ganz kurz, die wir hier haben. Wenn man das jetzt zwei Jahre durchziehen würde, das heißt 416 Tage, wären wir hier schon bei einer ganz anderen Summe, da wir natürlich einen sehr großen Zinseszinseffekt haben. Wie gesagt, Paralba gibt es seit zwei Jahren. Und wir dürfen nicht vergessen, diese Streamline, wenn du wirklich ein paar Leute hast, die sich hier anmelden, dann kannst du hiermit auch nochmal Geld verdienen und die Streamline steigt die ganze Zeit. Und ja, deswegen, ich würde mich sehr freuen, wenn du dich über meinen Link anmeldest. Der Link ist in der Videobeschreibung. Wenn du Fragen hast oder irgendwas, kannst du sie gerne unter das Video schreiben oder mich bei Instagram adden und mir dann eine Nachricht schreiben. Kein Problem. Alles gut. Ja, das war es jetzt erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.